Guten Tag, willkommen zu Warzone mit dem FC Bayern-Fan Brian. Moi, moi! Ne, auf jeden Fall, wir zocken jetzt Alassina mit Randoms. Endlos, würde ich sagen, weil 20 Runden gehen zu schnell. Ja, aber ein guter Typ wie mich. Ne, ich meine, kennst du nicht den... Hast du schon mal die Bepp gespielt? Ich hab die geschaut bei Maja gestern. Schleichwerbung ist da. Kennst du Maja? Ne, kenn ich nicht, aber ich nehm mal an, dass wir jetzt in der laufenden Runde joinen. Wär jetzt sehr kacke, wenn wir jetzt in der laufenden Runde reinkommen. Wär ultimativ. Ich hab den Sound vom Game komplett aus, damit man nur deine Stimme und meine Stimme hört. Eine Sexstimme. Äh, kennst du ganze Easter Eggs? Ich kenn jetzt, also wie es aussieht, müsste es ein Easter Egg sein. Der Eisendrache Easter Egg, der World at War Easter Egg und der, ähm... Na, da bist du 120 komm Easter Egg. Ah, okay. Wenn du im Stahlraum bist, kannst du... Es gibt ein Easter Egg, es gibt ein Easter Egg mit dem, äh, Fahrzeug. Achso, ja, das ist das andere, das hab ich noch nicht gemacht. Und ich bin da, glaub ich, der Einzige, der mit Controller gerade in diesem Lobby ist und, ähm... Ich bin der Einzige, der sie lösen kann und kein anderer. Weil auf PC ist ziemlich schwierig und abfuckt. Oh, jetzt kann man die Waffe auswenden. Ich glaub, ich nehm Vengard. Ich nehm meine Einzige Hauer77. Ich nehm die Call of Duty Vanguard, aka Recyclebarer Müll. Okay. Ich find Vanguard scheiße, ich hab die Beta gespielt. Stützt du mir auf die Wunderwaffe mit dieser Aufgabe? Was meinst du, wir können die selber bauen? Ich hab die Wunderwaffe noch nicht gebaut. Und ich hab gerade den allerersten First Try aufgenommen. Und dann kommt es auf YouTube. Ähm, heute noch, glaub ich. Ah, lol. HALT! Der beginnt. Der beginnt. Nein, ich hab den Recycle-Liner an. Ich kann die Waffen nicht wechseln. Ich will die nicht haben. Ich war nur Just for Fun. Doch eben. Messer, dann kann man bis Runde 10 oder so, ne? Ja, hier, hier, komm mal schnell, bevor die abhauen. Hier, da. Guck dir das mal an. Lest dir das durch. Mach's lieber nicht an, aber lest es dir mal durch. Hab ich schon gesehen. Ach, du kannst den mal kurz schützen. Also hier kommen irgendwie mehr Zombies, ne? Ja, weil das hier ist das No Man's Land. Das wollt ich dir erzählen. Hier spawnen unendlich viele, egal. So lange, wie es geht. Es gibt hier keine Runden. Aber bis 107 und danach geht man durch Portale, ne? Nö, ich bin hier bis 120 geblieben mit meiner Startwache. Alter, ihr legt es richtig. Das kann an einer Xbox liegen. Das kann ich an einer Xbox liegen. Doch, also ich hab hier 116 Bilder. Ich hab hier doch hinter mir auch eine Xbox liegen. Die ist nicht stark genug dafür. Du, guten Bengel. Also ich mein, ich finde generell World War 2. Diese Leute, die mir jedes Mal Zombies klauen, und ich könnte die, ich könnte die töten wie live. Kann man eigentlich Waffen abwerfen? Ja, ne? Keine Ahnung wie. Also keine Sorge, wenn du Probleme hast, irgendwie, dann punch ich in der Waffe und schmeiß sie die auf den Boden, dass du die dann eben... Ja, das ist für dich geil an diesem Call of Duty. Das find ich auch... Oh, ist das neue? Ja, ich hab doch gesagt, ich hab den Recycler, die Müllwaffe aka Vanguard. Ich hab die Beta gespielt. Ich fand die Beta sowas von scheiße. Ich hab ja auch ein Video hochgeladen zu meinem Fazit. Also Vanguard hat mich komplett halt gelassen. Vielleicht halt der Zombie-Modus, aber sonst... Also, entweder das Spiel ist so krass für meinen Xbox. Die Map hier haut generell rein. Ich hab auf jeder Map circa immer so 200 FPS, aber die Map hier hab ich 100. Aber bei Maschinen hat sich nicht so krasse Legs. Deshalb ja die Map ist schon krass wegen der ganzen Beleuchtung. Gleich wird's besser, wenn wir den Bereich wechseln. Sollen wir den Bereich wechseln? Also ja. Ich stümpel hier eh nur aus Langeweil. Ach, guck mal, die tun da oben. Ja, lass weiter. Und Schildi? Da oben. Dann wird er unterbrochen bei mir. Hey, du lebst doch noch hier. Du läufst hier gerade bei mir. Da, gerade wieder da. War kurz Verbindung unterbrochen. Ja, die campen da oben auf dem Container. Egal, dann laufen wir hier weiter. Und wie sieht's hier auch der Map aus? Aber hier ist fließtig, man merkt es. Hier ist es bloß. Ah, schuldig. Ja, immer runter mit dir. Hörst du mich noch? Ja, ich hör dich. Am besten du gehst da runter oder du schluckst dir jetzt hier Jugger. Weil ich kann nicht jetzt die ganze Zeit schütten. Okay, du gar nichts mehr. Ich bin hier drüben, ne? Ja, ich hab mir Jugger gekauft. Jugger ist hier. Auch wenn Jugger unnötig hat. Aber weiß ich. Jugger ist leider auch unnötig in Cold War. Wegen der Panzerung. Bei mir spielt die Verbindung irgendwie verrückt. Hast du im Hintergrund irgendeinen Download an oder ein Update? Ein Update im Hintergrund an? Nein. Ich glaube, mein Spiel packt, also mein Xbox packt das Spiel einfach gar nicht mehr. Die Map vielleicht. Ja, auf jeden Fall, wir machen jetzt die Map. Da können wir ja noch weitermachen. Wir haben ja noch einen guten Abend vor uns. Außer du bist morgens früh auf. Sprich doch einfach runter. Nein, nein. Hallo? 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 Hilfe? Hilfe? Was war das denn, Alter? Erstmal die Leute stumm schalten. Hilbert Badoppen. Scheingeld. Krabbstein. Ich gehe hier gerne rein. Oh no, hier war ich gar nicht beim First Strike. Hier ist Quick Blue White. Der Kack-Siff. Ach, hier ist auch die M14. Die Kiste ist hier oben. Ich gönne dir mal. Ich mache hier mal ein paar Kisten-Spins. Ich mache mal ein bisschen hier Wunderino. Hier kannst du es haben. Die nehme ich mit. Wollte ich mal das nachhören. Und war nochmal, ähm, scheiße? Scheiße war, ähm, Vanguard. Ach, du hast die Giptspritze drin. Willst du eine Armbrust haben? Nein, Mann. Hier könnte ich... Nimm dir. Da willst du am Stück hin, ey. Ich nehme die. Nein, ich will meine Waffe wieder haben. Back damit. Hm, Sniper. Willst du die da haben? Nein. Ich bin der Letzte der Sniper in Call of Duty Zombies. Wieso Sniper OP? Hm, ne. Bin ich nicht. OP ist nur... Weißt du, wie geil es ist, dass ich zwischendurch ein bisschen cashpumpe? Ja, wegen, weil du hier die Giptings hast. Hier, gönn dir Kriegsmaschine. Was ist das? Ist ein Extra-Berg. Ah, krass. Brauche ich nicht. Also, aber weiter? Warte, ich bin hier nochmal ein bisschen am Backspin. Ne Krozza. Noch eine weiter. Ja, ich habe jetzt mal eine Sucht hier. Die Sucht. Du scheiß Sucht hier, alter, richtiger Montana. Marsch-Gruh-Körper. Marsch-Gruh-Körper, auch schön. Hm. Ich habe eine Wager. Ja, die Waffe ist auf jeden Fall sehr schwach. Oh, schnelles Nachladen, eindeutig. Äh, Speedcoder. Speedcoder ist eine weiter, soweit ich weiß jetzt. Eine weiter, ja. Oh, ne, nate. Weiter? Ja. Die Map gefällt mir auf jeden Fall tausendmal mehr als jeder andere. Die Maschine ist mir zu, ne? Wegen diesem Scheiß. Ich vergaß dich, Zombies. Äh, und Berlin, oder wie die Map heißt? Mauer der Totenstürze mal bei mir. Tempo-Cola ist doch das, äh... Speedcoder, ne? Ja. Speedcoder ist Speedcoder. Ich habe meine Ehe 2 abgebrochen lassen. Äh, hier ist ein E-Stack. Das habe ich gerade, habe ich letztens herausgefunden, also beim First Try. Wollen wir jetzt mal ein bisschen drücken, damit ich da aufmachen kann. Zu gierig war. Ich glaube, da lag Muni oder so und ich bin einfach reingerannt. Hier ist ein Observer-Raum. Wir müssen erstmal da hochkommen. Ja, wir müssen eigentlich entweder durch das Kino oder hier nach der Unte holen. Das ist auch geil. Nacht. Wir müssen erstmal hier den... Hier liegt was. Oh, hier wird es eng. Hier wird es richtig eng. Hier liegt was. Ich will dir ja die Teile zeigen, bevor ich die aufhebe, falls du das mal selber spielst. Hier. Äh, ich spiele das nicht alleine. Hab Angst. Hey, nehm dir. Was ist das? Camp hier in die Ecke. Hier, klar. Ja. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir auf der Couch. Ah! Auf der Casting-Couch. Okay, jetzt ist es ein bisschen zu heiß zur Casting-Couch zu gehen. Ja, genau. Siehst du da? Das ist ein Teil. Wir müssen hier drei Teile... Ich gehe raus. Das ist mir zu eng. Ja. Da waren wir da zu eng da drin, Digga. Ja, aber ich hab tote Leitungen an. Das schockt die. Deshalb Giftpflanze und tote Leitungen kombiniert. Ist halt schon geil. Uh, Casimir. Oh, bei mir kommt es mal ein Lava-Dings. Gut. Ist selbst Mod-Bulli. Wir müssen hier überall hier Sachen finden. Hier ist zum Beispiel eine Fritteuse. Der nächste Arbeitsplatz hier, Meckles. Burger Town. Meckles. Wollen wir bestellen? Wo sind die Burgers? Die Package. Ich möchte ein Burger. Der ist. Das ist schön, dass man einfach die Perks saufen kann. Was kann die nicht saufen? Nein, nicht mehr viel Cash. Ähm, Elemental Pop. Das ist zum Beispiel... Und das kannst du einfach nutzen. Da hast du immer random so ein Element. Ich möchte hier oben auf den Dach. Ja, wir brauchen noch mehr Teile. Zwei Stück, um genau zu sein. Ich kaufe hier schon mal alles auf, weil ich möchte oben zum Punch hingehen. Ja, dafür brauchen wir die nächsten Teile. Hier ist ein Sniper. Gönnt hier. Also, im Gegensatz zum First Cry hier. Oh, die gehen schon... Oh, einer ist gedowned. Ja, die gehen schon down. Ja, das ist ja bitter. Vielleicht sind es ja auch noch die typischen, richtigen Zombie-Player. Die Empathie lieben. Da guck mal, hier ist noch ein Teil. Neben der Arcade. Kabuuu! Bombombe. Das ist für kaum Moni. Weißt du, was ich kacke finde? Du kannst die Moni noch rüberkaufen. Ja, das ist teuer, Digga. Äh, 500. Und? Das wird immer teurer nach der Zeit. Ich glaub die nie. Also, 500.000, 1.500. Noack. Yes. Willst du den Film gucken? Noack. Hier in der Wand. Äh, du musst, äh, hättest du dir aufpassen, ne? Wassen. Bin komplett gelassen im Zombie-Modus. Das grenzt du doch mal hier. Außer, dass es Black Ops 2 dran sieht. Dann bin ich nicht gelassen, dann bin ich mal gestresst. Guck mal hier, äh, ne Spielmünze. Hier liegt noch ne Spielmünze, gönn dir. Was soll ich spiel können? Ne Spielmünze. Wie die Arcade hatte. Ich bin aber nicht mehr so still. Hier, willst du, willst du jetzt Snork angucken? Was soll ich da angucken? Snork. Schöne, schöne, äh, da bist du, da. Nicht mehr daneben. Keine Ahnung, also ich hab hier null Stress. Vielleicht erst eine Runde 25, wenn die Abschuldigkeit immer jede scheiß Runde spawnt. Erstmal die Nase popen. Erstmal die Garten, nice. Das stimmt ja, hier oben war gar nicht. Uns fehlt noch ein Teil. Ach stimmt, diese Kackflasche. Ah, hier warst du. Ist dann hier auch schon wieder in der Ultra. Wir brauchen ein Ultraware-Ding. Nicht in Burger Town. Ich hab hier einen Photoshop, war das? Photoshop. Photoshop. Ich bin geöffnet zur Bar, Iggy. Hier hab ich. War ein Joke. Ich weiß nicht, ob das gut war, dass ich mir jetzt schon eine Rüstung geholt habe. Ich hab ja auch schon eine Rüstung geholt. Ne, die Rüstung lag bei mir am Boden. 250 kostet das jetzt. Die Moni. Nice. Äh, hier ist das drin. So, ich komm da nicht rein, ich hab keinen Crash. Hier drin. Ja, hier musst du durch. Durch das Spiel. Dann, äh, kommt hier im Fernseher raus. Okay. Reparieren wir mal den Bullshit. Erstmal den Zombie-Könn, sagst du? Da war ein Fehler. Erstmal Last Round. Da, ist ja auch noch ein Teleportal. Mhm, zu Deutschland, wie du da oben siehst. Denn nach Deutschland da oben. Bunker. Wom geht das nicht? Wir werden gleichzeitig immer da ranke. Ja. Guck. Na, guck mal, die Mates kommen jetzt auch mal langsam. Hat lange gedauert. Ja, die sind halt schon ein paar Mal draufgegangen, ne? Guck mal, hier müsste deine Xbox sich eigentlich wohlfühlen. Meine Xbox fühlt sich richtig wohl. Mein PC hat sich gar nicht wohlgefühlt. Mein PC? Nein, mein PC hat sich gar nicht wohlgefühlt. Ich hab nur noch weiß und schwarz gesehen. Komm, geht euch nicht in der Porta. Achso. Wie viele Leute sind wir hier? Die sind vier. Bist du schon durch das Portal, ja? Amo? Ach, schmeckt einfach. Diese Gifpflanze. Ach, du bist schon durch. Ich war die ganze Zeit nicht. Achso. Das war der Leitz. Bist du schon durchgegangen? Bist du schon durchgegangen? Kisten. Geld für Kiste. Jetzt Geld für Kiste. Erstmal wieder. Also Kistensucht, ah. Wenn du bin. Wunderbar. Vielleicht kommt auch dieses Monster aus dem Portal raus. Keine Wunderbar. Racketen-Behra. Wurklaunch. Tierarm. Ich arme. Erstmal, ich mach nur Hitmarker. Noch ein bisschen Cash. Dann kann ich wieder Spin to Win machen und was besseres bekommen als eine Racketen-Behra. Bonuspunkte. Spin. Pistol. Ah, Jürgen ist bei mir. Jürgen. Uh, das ist doch was Besseres. Erstmal inspecten. Ach. Hast du den... Hast du Fifi bei dir? Fifi, ja. Der Jürgen. Der Jürgen ist ja der andere. Hast du schon mal Black Ops 3 gespielt? Ja, ne? Das ist wie ein Mark war. Du musst den in die offenen Mäuler schießen. Nur das, wo es offen ist. Das geschlossen. Wo auch was leuchtet? Ja. Und dann merkt, guck dir an, wie viel Damage du machst, wenn der den Mund aufmacht. Apropos, der hat ein Zombie auf dem Rücken. Das ist ja auch, Mann. Siehst du wie viel Damage? Oh, jo. Du musst dir nur die Mäuler aufbauen. Da macht Imperator. Ich hab links ja aus, den Damage. Den Damage-Meter. Weil ich finde das einfach super. Richtig. Richtig. Du hast auch schon mal bestimmt... Hier World at War hast du auch gespielt, ne? Nach der Untoten. Ja, wie bitte? Du hast bestimmt auch nach der Untoten schon gespielt von World at War. Du hattest ja World at War gehabt, die englische Version. Also, ich war jetzt, ähm... Äh, wer ist noch mal, Bio 4 war, ich will, Kumpel, bei XE? Ja, bei nein. Du hattest doch Dings gehabt, ähm... Okay, du hattest doch World at War gehabt, das hab ich doch von dir dann bekommen. Was ist auf PC? Nee, auf Xbox 360. Boah, keine Ahnung, äh, da, ja, das hab ich bekommen von dir, aber das... Ja, das hast du mir gegeben. Das hab ich von dir bekommen lieber. Achso, ja, nee, das Spiel... Das ist aber kein Download. Nee, das war auch CD, die CD liegt hier hinter mir. Ja, nee, das... Und da hast du die Map nie gespielt? Nö. Ich hab einmal kurz die Kampagne gespielt und danach, danach war es vorbei. Nicht den Zombie-Modus. Nee, nur kurz, äh, Kampagne, als ich da fünf Minuten kam Bock war, als alles auf Amerikanisch war. Ja, weil halt englische Version... Oh, hier ist, äh... Der Kampagne. Radioaktiv. Hm, ja. Ich geh mal wieder zurück. Uh. Was ist denn? Auch zu Andy Town. Ähm, Aufgabe. Überlebe so möglich wie Hauptstraße, drücke da war ich gerade, aber ich brauch Panzerung. Komm, komm, hier, wo wir geküsstet haben. Nee, ich zeig dir jetzt was Tolles, was du da, glaube ich, auch mitbekommen wirst. Komm da hier runter. Warte. Scheiße, brauch schnelles Dachladen, wo war das denn nochmal? Ja, das... Ah, du bist ja genockt. Hier, kennst du das hier schon? Wirst du auch teleportiert? Nee, ich bin hier, äh... Der Mensch war alleine hier. Ups. Ich bin jetzt bei Nacht der Untoten, bei der Map von World of War. Wenn Vanguard diese Map rausbringen würde, als Standalone, einfach nur diese kleine Map. Ich würde mir Vanguard direkt kaufen. Aber Vanguard wird sich sowas nicht trauen. Ich bräuchte ja mehr Hilfe. Ich soll leider nicht da. Ich mach hier grad, ähm... Das ist die allererste Zombie-Map, glaube ich, gerade. Wie er existierte. Äh, bitte, ich will mal... Ich bin nicht da, ich kann nicht zu dir, mein Lieber. Ich war die Teammels. Ja, die Teammels müssen wir was machen. Ich gehe langsam Rüttenschmerzen vom ganzen Video drauf nehmen. Du siehst ja, wo ich bin. Sehr weit weg von dir. Überlebte ich gerade bei der Brücke, oder was? Über, äh... Scheiße, da... Oh mein Gott, ist das... Ja, dann geht er runter. Geht er weg. Du musst doch nicht punchen, dann haut er schnell ab. Du bist ja gerade weggezogen. Nee, äh, wir sind da unter dem... Am Punch, äh, die Aufgabe machen. Ach du, an der Brücke. Scheiße, äh, fallen aus der Nähe aus. So ist er allgemein, okay. Ich höre hier noch Zombies. Ich habe hier bei mir noch Zombies spawnen in Nacht der Untoten. Also jetzt läuft das Spiel bei mir gerade wieder flüssig, muss ich sagen. Ich liebe die Map. Ich freu mich gerade, wo du gerade bist. Bist du Spielhalle? Ja, ich bin bei der Spielhalle in Cold War, äh, in World at War. Geht einfach mal rein, geht bei World at War, mach mal an. Dann weiß ich... Ich muss gerade gucken, äh, wo das nochmal war. Das ist der Automat mit der PPSH. Das Videothek stand da an dem Tor. Nein, ich bin tot. Nein, ich bin tot. Das ist ein Schande. Äh, bist du in der Spielhalle? Ja, bist du nicht wieder bei der Spielhalle. Bin hinter dir. Ist hinter mir? Da bist du ja. Ja, der Automat hier. Wieder weggegangen. Äh, wo war nochmal hier, ähm, Spielcola? In der Nähe von Burgertown, ne? Nee, Spielcola war ein Teleporter nach hinten. Ich hole den mal. Also, verzuch den mal zu holen. Weil der ist ja weit weg, der Bui. Aber wie langsam das, ich kenne hier, ich brauche Stamina. Stamina, Minda, Minda, bitte. Der Tod? Bunker war doch, ne? Nee, Bunker ist ja dieser Wunder, ähm... Der Wunderpriss, der Wunderpriss ist hier, glaube ich. Wundervoll, Wunderfiss. Da kannst du ja auch alles kaufen. Ja, ja, das weiß ich. Wie findest, was ist denn dein Ranking vom Zombiemodus? Welcher findest du am besten, welchen findest du am schlechtesten? Keine Ahnung. Von denen, die du gespielt hast, vorne. Äh, ich hab nur Bio, äh, 2 gespielt und Bio 4. Ja, und Corpo. Oh, was findest du am besten und am schlechtesten von denen? Oh, mein Gott, äh, ähm... Wirst du beißen? Welchen ich besser finde? Ja. Ja, Bio 2. Na, guck mal, ist so eine schöne Augen vorzuhören. Ja, äh, ich... Der ganze Zombie-Herde würde immer in die Fresse reingelenkt. Hm, hier kriege ich keinen Marsch-Bug-Körper, was mache ich denn jetzt? Ah, ich versuche dich einfach so zu. Hüpp. Lass bitte ihn nach hinten wegrennen. Scheiße. Lass irgendwo hin, wo es oben offen ist, dann kann ich dem nämlich ne... ...ladung rein da. Ich hab ja schnell eben, ähm, Nogga geholt. Nogga bringt nichts, lieber Schilde. Hier ist ein Zelt-Rewipe auf dem Boden, den nehm ich mir mal. Ähm, dauer. Äh, hier ist irgendwas. Ja, der Dogo. Ich bin die Mäuler zappern vom... Ich geh wieder zurück zu dem Porter. Ohne... Ich hab keine Angst vor dem Ding. Ich hab Angst vor dem Ding. Schön in den Mund reinballern. Schön im Mund rein sprayen. Hast du bestimmt auch geübt, oder? Nee, kaputt mit deiner Hackkasse. Okay, mein Mann, du kannst du was kaputt. Ich bin gleich tot. Jo. Mal wieder. Ich geh in den Porter. Ich geh in den Porter. Der Fifi ist doch gleich tot. Okay, heim, nur Zombies. Ich komm jetzt wieder zurück. Hab mich regeneriert. Ich geh mal weg, ich geh mal weg, ich geh mal raus. Gehst du da weg? Ich bin weg, da. Ich komm mal wieder rein. Bitte lass mich nicht sterben. Okay, hi. Ich muss nachladen. Okay, hi. Okay, hi. Okay, hi. Okay, hi. Scheiße. Wir sind zu zweit hier. Wir sind ein Team. Nachladen. Du, der Pistol. Okay, nach links, nach links, nach links. Oh mein Gott. Ich muss ein bisschen nachladen. Oh nein, mein Hassgegner. Aber du bist richtig gezentig gerade da. Richtig gezentig. Ja, mein Hassgegner ist hinter mir. Oh mein Gott, das ist noch ein Hassgegner von mir. Scheiße, kackt. Oh, da ist doch jemand. Die Mimikriefe. Scheiße. Okay, ich bin noch nicht rein. Ich bin tot. Bin noch nicht visuell fortgeschritten. Das war doch zu viel auf einmal hinter mir. Da ist ein Kaboom. Hier ist ein Kaboom. Das bringt. Oh, packt. Schaffst du das? Hallo, Abgrund, Dogo. Bleib mal vorbei, danke schön. Nee, das vielleicht hab ich nicht packen. Du möchtest raten, jetzt krieg ich noch mal ein Nogger noch. Es ist da, äh, Kaboom weg. Die Fresse, du kackt doch. Warum rennst du nach da? Das ist nicht schlau. Hab ich gesagt. Ich renne mal hier durch. Ich will raus, auf einmal sind dann 500 Zombies von mir. Vor allem, du rennst genau dahin, wo ich grad herkam. Zombie, vorne, ich war umzingelt. Ich wollte eigentlich schnell noch mehr ein Nogger holen, aber es war alles an dich. Ich geh mal kurz an die Kiste. Ja, okay, dann sterbe ich. Nee, ich glaub, ich komm nicht mal an die Kiste, weil hinter mir was kommt. Guck mal nach da. Sag mir mal, wenn ich zu nah komme. Ja, ich bin leer. Äh, hi. Oh, pack, nein, der hat mich festgehalten. Dumme Ruhe. Ja, ja. Ich wollte Granate. Ja, gut, ja, die Achtung, die kommen wieder, die wollen dich. Dann weg da, weg da, weg da. Ja, ich trinke. Den klingst schneller. Den klingst schneller. Äh, halt die mal ein bisschen auf, ich muss mal kurz zu Kiste. Wie bitte ich? Ich hab keine Mutti. Ich bin leer. Nix. K. K. Auch mann, das ist ein Downgrade, doch keine Scheiß. Oppa kann sich zu mir. Der, 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 der kommt zu dir. Nein, ich bin tot. Einer,ster,er,ster,er,er,er,er. Ich bin tot. Wir werden so. K. Wie fliegt, ist es zu Tag? Guck, K. Guck, 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 Guck. Guck, 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 Guck. Nein, das ist so toll, ja. Nein! Nein, heil ihn doch! Das ist ja schlimmer als ein Battlefield... Au 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 auw.. Er fällt weg und lässt mich versterben! Die Handtranate. Du scheiß Kissen sucht ihr halt! Okay, ak, hier liegen Waffen und gönn dir ein Paar! Nehmen wir die wieder mit. Oh, guck mal zwei Geräuble... ist doch schön. Oh, schlecht! Ah, neuer war das. Eine Runde. Ich will zu Nogger. Ja, komm mit. Lass mal schnell hingehen. Ich muss mir mal ein paar Pöpfen kommen. Wo bist du? Oben. Hä, wo bist du? Hä? Ich hüpfe. Ruhig mal bitte ab. Ich hüpfe. Ich hüpfe. Du musst da rein. Wir müssen gleich den Teleporter nehmen, weil... Ich will doch mal ein bisschen punchen. Ich gehe zu Puncher. Ja? Ah, nee. Ich kann ja gar nicht. Doch, warum gehst du nach dir? Ich bin arm. Er ist doch nicht weg von mir. Ich wusste, Gren. Ich bin wieder tot. Das sehe ich. Aber nach hinten. Du schaffst es. You got it. I believe in you. Ich glaube aber nicht an mir selber. Ich bin da tot. Ich werde wiederkommen. I will be back. Wie Arnold immer sagen würde. Wo ist denn noch eine Pommes fritt? Oder warum brauchst du so lange? Ja, die Schlange an dem Ämbiss war ein bisschen schwer. Oh, da liegt da noch einer. Ach nee, das ist ein Zombie. Ich bin da am Ausbluten. Ich habe mich gewundert, wer da liegt. Ich dachte, da liegt noch ein M. Noch ein Player. Oh nein, das steht auch. Warum leh das auch? Nein. Wird sterben. Weil du da reingehören bist. Ich gehe da nicht mehr rein. Das ist ja nur Selbstmord. Mein Arsch blutet. Ich werde vergewaltigt. Oh, Munition. Oh, Instant Kill. Jetzt kommt die Erde her. Da komme ich wieder zurück. Da komme ich wieder zurück. Wenn es eng ist. Wenn es eng ist. Mit Instant Kill ist es dann nichts eng. Ein Schuss oder ist eine Herde, ist der Schuss weg? Nee, dann ist die Erde weg. Mein ich ja. Ein Schuss, dann ist der Schuss weg. Weiß halt nicht. Oh, jetzt ist der Zickel wieder weg. Jetzt rennst du weg. Jetzt haust du wieder ab, ne? Oder jetzt renne ich in die Todesfanne. Ich nehme mir PhDs leider. Ah, ich bin tot. Ich muss hier raus. Leider habe ich kein Kaugummi, um dich zu retten. Gibt es ja hier nicht. Da unten bist du. Mein Auge juckt. Ja, jetzt muss dein Auge absterben. Wo rennst du hin? Ich bin hinter dir. Ich brauche einen Nogga. Ich muss wieder trinken. Du Alkoholiker. Du nimmst hier Nogga. Schnell, hier. Hast du einen Nogga? Ich habe schon. Ich habe schon. Ich habe schon. Ich verpiss mich gerade. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich gehe kurz noch mal zur Küste. Oh, du Schaschank. Ich will mal gucken, ob ich die wunderbar von bekomme. Kissen nicht. Kissen nur durch Aufgaben. Hat man auch bei jeder anderen Summimepp gesagt, auf einmal Bubkissen. Hey, aber hier musst du. Ne, M16 ist so schön, aber nicht mit so einem Muchtrupp, sondern... Nimm ich mit. So, ist schön, M16 ist schön. Vorstands... Oh, guck mal, wir müssen hier bleiben. Vorstand... Was ist das hier? Vorstandsetage? Was? Vorstandsetage? Was ist denn das für eine Sprache? Wer hinlagt? Ah, hier. Kiste. Ne. Warte, mein Geschicht. Ich habe schon Kiste im Kopf. Ah, du bist ein Feinsuchti. Ich gehe eigentlich nie an die Kiste, außer wenn ich halt mit Leuten spiele, weil ich mir dann denke, hm... Ja, 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 das tut mir noch. Okay, guck um meinem First-Try, du wirst nicht ein einziges Mal sehen, dass ich wirklich an der Kiste geier. Ja, ja, ja. Warum gehst du da ans Kiste? Weil mir langweilig ist und ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Geld tun soll, weil ich nicht downgehe. Und du kannst nicht sagen, ja, ja, ich bin doch keinmal gestimmt. Oh, doch, alle Perk. Äh, ich habe schon 5. Hast du schon alle? Nein, aber ich habe schon 5 Stück. Ich gehe 100 Mal, äh, punchen oder so. Punchen ist unmöglich. Ich gebe den Headys und dann ist alles gut. Bis Runde 25 einmal punchen reich. Das kommt ja leider auch in dem Game an, an diese scheiß Seltenheit. Wenn du eine Legendäre hast, ist die besser als eine blaue und normal gepuncht. Was traurig ist, also ich finde diese Seltenheitskacke schon so... Ich habe dir zugeguckt. Du bist schön gestorben, mein Lieber. Das wollte ich auch holen. Ich lasse es einfach, die Teammates sollen das selber holen. Was, wolltest du denn die Bombe holen? Ich wollte die Bombe holen. Warum willst du die Bombe holen? Weil ich den Samissen eine Bombe geben wollte. Ja, dann gib ihnen jemand eine Bombe mit Leben. Und nicht eine Steilfeuerlein, dass die über dich stolpern. Ich gehe raus, weil es ist alles so eng hier. Ja, das ist ein Bürgerklauen. Ja, das ist ein Bürgerklauen. Ja, ja, merke ich. Sorry, dass ich jetzt da alleine... Ja, ich bin so oft gestorben. 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 Ah, nicht mal das Noggan kann ich. Das ist eigentlich so falsch, alleine. Nicht mal das Punchen kann ich. Ich bin nicht punchen kann ich. Ich bin nicht punchen, ich bin nicht punchen, ich bin jetzt mal in 16. Ah, super. Mit der M16 punchen. Das mit der Panzerung check ich immer noch nicht, ne? Ja, warum? Du brauchst Panzerung. Ja, aber irgendwie check ich das nicht so. Wenn du Panzerung hast, kriegst du weniger Damage. Normalerweise kriegst du 50 Damage. Mit Panzerung kriegst du 25 Damage. Könnt man so sagen. Eins auf der Rüte ist ein paar Rüte im Kopf. Da bitte pumpte. Was hast du für Waffen? Deine Milano. Und dann einmal meine Orion heißt sie jetzt. Ja, und was ist eine Farbe Rot? Rot. Ja, und die andere ist Blau. Ja, das ist eine seltene Form. Ja, ich hätte sie nur einmal, sorry, dass ich das einmal geschafft habe, die zu punchen. Nein, nein, das ist ja nicht punchen. Das ist an dem Automaten gehen, wo du dir die Panzerung holst und da verbessern. Weil selbst eine goldene einmal gepanschte ist besser als eine blaue dreimal gepanschte. Geht hier leider, wie gesagt, nach Seltenheitsgraden. Bist du seltener, die Waffe, desto mehr Damage macht die. Wie bei Warzone. Ja. Warte mal, warte mal, ich muss... Ich muss gerade mal über Leben kämpfen. Ja, jetzt bitte nicht sterben. Ich gehe jetzt nochmal in die Arcade ein. Äh, wer... Ich halte daneben in Hauron, das sieht nicht gut aus nach vorne. Ähm, jetzt noch mal ein bisschen World at War spielen. Ich will wieder zurück in die Nostalgie. Oh, wunderschön. Was passiert, wenn ich jetzt hier runterspringe, ich sterbe? Jo, wenn du... ...Demmen ab hast, kriegst du keinen Fallschaden. Wenn du das nicht hast, kriegst du ein bisschen. Oh, hier ist es einfach schön. Ich will nicht, ich kann mal hier bleiben. Nee, ich wollte vom Punch-Raum runterspringen. Ganz runter. Das würde, glaube ich, sehr stark wehtun. Oh, cool. Ich habe die A&P 60 freigeschaltet, weil ich schon noch 400 Kills gemacht habe mit der Pistole. Schade, dass man hier nicht mehr trainen kann, äh, um, äh, pumpt. Also, du weißt, was ich meine. Ja, hier zählt halt nur noch der Headshot, der Messer oder irgendwas als Kill. Das heißt, wenn ich, hat für mich den Zombie-Modus versaut, weil du kennst mich. Ich nehme irgendeine Muchtwaffe und renne im Kreis. Oh, du bist tot. Du wirst das ganze Arm jetzt sehen, wie ich sterbe. Ja, aber du wirst dann aber sehen, wo ich bin. Und wo in Rinsenklotten. Weißt du, was für dich am besten ist? Alles wieder in Folge. Ich bin, ich bin ja gar nicht so schlecht. Wer nicht voll prüfen. Vielleicht auch, das habe ich ja nicht hochgeladen. Vielleicht auch, das habe ich ja nicht hochgeladen. Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja... ...und so und lass mich echt sterben. Dafür, dafür liegst du zurecht am Boden. Ich merke mal der Gamer-Tipp. Na ja, der jetzt alle droht. Nö, Dark-Gamer ist doch da. Du und du. Ja, ich bin aber nicht da, wo ihr ist. Ich gucke dir zu. Dir macht es mehr Spaß. Dann weißt du, wo ich bin. Boxst du dich da durch? Ja. Weiter, ja. Alter, mit dem Pistenschuss ist direkt Headshot, ne? Wenn du drauf schießt. Ich weiß, aber ich bin leer. Die Messer braucht die denn? Vergiss nicht, dass du da keinen Perch hast, ne? So, ja. Das hier ist Nacht der Untoten. Das ist die allererste Map. Die hättest du in World at War gesehen. Hättest du World at War gezockt. Das ist die allererste Map, die je gemacht wurde. Ja, aufhisch du Flame, Alter. Hier ist noch eine Tür. Ich meine, das ist einfach geil. Die Map ist geil. Da wäre eigentlich normalerweise noch eine Tür. Hast du fürs Haus gehen? Ich train die jetzt ran. Ne, da ist nur normalerweise eine Tür, die dich zu frühstet. Du hast nicht so viel Zeit für train, ne? Ja, warum? Wenn ich jetzt langsam kenne oder so kenne? Ver-aimt. Sehr schlecht. Ich hätte es besser gemacht. Ich könnte halt mal gucken, wie viel oft du gestorben bist. Bin zehnmal gestorben. Willi? Oh nein, jetzt muss ich hier hineinpfeiten. Nein, der letzte Zombie. Also, wer die meisten Zombies getötet hat, bist du. Ne, Dark Gamer. Der Irre Mann. Oh, der Dark Gamer. Ja, aber der Dark Gamer hat gerade die ganze... Ja, der tötet dich gerade die ganze Zeit, weil ich schön mal Zombies entspannt gekillt habe. Immer mit mir einen schönen Abend gegönnt. Guck mal, ist ja der Instagram. Guck mal, da oben ist er ja der. Ja, aber... Ich muss dich auch manchmal ein bisschen se... Ja, der ist Dark Gamer. Nein, das ist Yeating. Warum ist der respawn? Ahhhh... Warte mal, warum steht da zweimal Nix-Szenarius? Ich bin nicht Nix-Szenarius, ich bin Nix-Szenarius. Ja, Deutsch ist nicht so meine Stärke, das weißt du doch. Ja, Name, 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 oh mein Gott, hallo Abscheidigkeit. Ja, dreimal Blitze auf dich tut schon weh, ne? Nö. Das ist, ähm... Oh, das ist das. Gut. Mach mal drauf. Wir gehen. Ach, nochmal Mondo, komm. Der Schluck mehr, äh, der Schluck mehr, als wenn dann die Müller, äh, ich wüsste ja. Oh, Hilfe. Komm, zeig mir deine Schokoladenzeit. Komm, tötet den Hurensohn jetzt, ich möchte jetzt auch mal wieder spielen. So, Abschuldigkeit, ohp. Du sitzt. Aber ne Waffe ist sich mal gepuncht, ne? Wie viel will dich, ja. Alter, guck mal auf mein Cash, einmal gestorben, ich kann. Ne, aber du jetzt alles neu kaufen musst. Das ist der Loop-Bonus. Und der kommt zwei, die du hier nicht bekommst. Der wärst dann nackt ausgezogen, auf der Straße geschmissen. Ja, das wär's wirklich so. Ja, Gamer wird missbraucht. Freilichkeit ist zu. Willst du denn ne gepunchte Waffe haben? Ne, ich möchte jetzt einfach zu diesem Automat gehen und, ähm, mich besaufen wieder. Tötet. Aber ist, ist gerade ne neue Runde? Ja. Fuck. Kann ein bisschen Marschflugkörper rücken. Kannst du, äh, zu mir kommen? Will ich zu dir kommen? Ne, ich, ich geh wieder zurück, ich geh wieder zum Punchraum. Ähm, das wird mir, das wird mir hier zu voll. Wird mir langsam zu bunt. Oh nein, Mimikrie, fiss dich. Ich geh wieder zu dem, äh, Besäugnisraum. Was ist das für ein Automate? Dr. Rutscher, was kann das? Dr. Rutschers Neue, das war mein Lieblingsperk in Black Ops 1. Du bist, ähm, unbesiegbar gegen Explosionen und du konntest dann so Skydive und jemanden damit easy killen. Jetzt musst du in Zombies reinrutschen und killst die damit. Eigentlich instant, oder? Ja, ist noch ein Insta-Kill. Ach. Ah, ich starbe wieder. Wo bist du, beim Packer Punch? Ich bin wieder oben, ja. Ich war da, äh, ich war da auf dem Dach. Ich bin jetzt auch im Dach. Aber du bist nicht den Dach, wo ich bin. Wenn ich seh dich. Ich komme. Und erscheine. Erscheinen geht auch. Ne, ich bin beides. Als C-Spec möchte ich dich so gern sehen. Nein? Ne. Ich hab gerade gegessen, ganz schön. Wackelt auch schön. Im Wind. Schuss hat noch Kiste. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Geil. Kisten drehen. Ey, nur einschlag in die Fresse. Ich wäre gestorben. Ich muss vom Dach schon unterspringen. Mein Leben macht keinen Sinn. Ich bin nicht tot. Oh, Tester Sturm. Wurde Winn. Ich bin immer wieder Baller-Spiel. Ich schwör's. Warum? Du Hohrensohn. Du Hohrensohn. Halt euch doch zuerst. Halt euch doch zuerst ran. Bist du oder was? Ach du Scheiße. Das ist ja voll. Wo seid ihr? Da oben. Guck mal hier unten. Guck mal nach unten. Guck mal nach unten. Ne, ne, ne. Ich seh das schon auf dem Minimap. Ja, guck mal nach unten. Ich hab's gesehen. Ich bin oben. Ich seh alles. Ich muss alles holen. Ich muss schnell alles holen. Weißt du, du schaffst das auch nicht, so schnell zu mir zu kommen? Was ist mit dem Dark-Gamer kaputt? Der cheatet. Ich bin ja an dem Wunderraum. Wunder-Giz. Aber ich find den Raum gerade gar nicht. Und hier? Ich bin da. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Ich bin hier. Ich bin da. Nein, keine neue Runde. Lass doch mal zum Beispiel so ein Leben. Ich bin hier. Ich bin da. Ich lass wieder belebens, Devin ab. Äh, gibt's hier, äh, Grabstein-Spuren. Rauch dir Grabstein. Hab ich. Warum du hupelst? Ich muss hier wieder raus. Ich hab keine Zeit, Affe, Digga. Äh, warum seh ich nichts mehr. Äh, hallo? Wurde ich gekickt, oder was? Hä? Ähm. Äh, hallo? Hä? Ah, er hat den Knopf betätigt. Welchen Knopf? Ähm, in dem Punch-Raum ist da so ein roter Knopf, wo die Seilrutsche ist. Hä? Und was ist jetzt? Ja, machen wir noch ein paar Easter Eggs. So einen Schritt für diesen, äh, Endpost. Äh. Warum? Das wirst du jetzt sehen. Ich, ich hab mir grad, ich hab kein Geld zum Punchen. Ich wollte grad noch Punch-Geld haben. Oh, Maxis kann ihn noch halten. Das ist Cementa. Ja, Maxis, Cementa, ich weiß. Das ist Cementa. Du hast noch nie Zombies gespielt. Lass mich doch einmal gut sein. Du schießt da diese Kristalle ab. Ja, aber ich, äh. Ich wollte doch grad noch Punch. Mit der Wunderwaffe machst du diese große Kristalle kaputt. Ja, wer hat die Wunderwaffe? Keine. So, das hat, äh, der eine da. Äh, Wuppi, geh mal weg. Gefällt mir absolut nicht, dass er jetzt... Äh, ich schläge noch mal an dem. Ich würde eigentlich nicht lange überleben. Nee, erst mal, äh, kommt dann... Ich weiß nicht, wie kommt man auf diese Idee, das jetzt schon alles zu machen? Ich frag mich, wie kommt man auf die Idee, in Runde 20 das zu machen? Ich glaub, bestimmt, auch bestimmt früher. Erst mal in allem Probeirenne. Hat der gedacht, uh, roter Knopf draufdrücken muss, oder was? Ja. Kann ich das jetzt gleich zeigen? Und dann wird das mal probieren alleine? Äh, gerne, aber ich mein, warum macht man das jetzt? Keine Ahnung. Ich hab extra endlos gemacht, dass wir lange spielen und nicht bis 120. Und ist das I-Stack so leicht, dass das danach vorbei sein wird? Äh, ab Runde 30 könnte man das dann durchgespielt haben. Ja, aber ich hab schon gesehen, dass manche jetzt in Runde 10 geschafft haben. Okay, okay, erst mal ist es. Ja, erst mal ist es. Äh, du musst halt, äh, du musst halt sehr schnell diese, äh, sehr viele Aufgaben machen, bis du die Wunderwaffe ziehst. Gieß? Aber wenn du die Wunderwaffe nicht ziehst, dann dauert das jahrelang. Also kann ich die aus der Kiste ziehen? Warum hab ich hier Kristallzombies? Ich will nicht schon wieder sterben. Ich hab gerade erst wieder alles neu geholt. Ich hab mich grad hier was erzählt mit Bullshit. Hier, Gerste weiß. Hier, lasst euch nicht anziehen von Gerste. Das ist ja auch alles so stark, ne? Da muss man nur hier Kristallzer schwimmen. Also ein paar Taufbahnen oder was? Ja, aber mit der Wunderwaffe musst du das machen. Und dann diese schwebende Kugeln, die da rumfliegen, ähm, kannst du mit jeder Waffe kaputt schießen. Ja, die sind kaputt. Und dann nebenbei kommen dann so, äh, Bösse. Bösse? Bösse. Bösse. Und diese schwere, äh, Panzerzombies da. Ja, die Deutschen dann Lila? Oder meinst du die Mängler? Diese großen, schweren, die, äh, bei, äh, die Maschine da sind. Und diese, äh, die Raketen schießen. Ja, ja. Ja, ich hab hier. Der Gerot, Kobi, Bullshit hier. Ich brauche ne Zweitwaffe. Ja, wo ist denn hier ne Kiste in der Nähe? Keine Ahnung. Was ist die Frage? Ja, ich seh ja nicht. Ränderwattel. Hast du ein paar Waffen da droppen? Wenn wir nicht da nebenan kommen, ja. Ah, schädig. Nimm keinen Schaden. Ach, du hast verloren. Nimm keinen Schaden. Ah, ja, okay. Ah, ja, okay. Das sind paar Zombies, die... hinter mir sind, ne? Ja, ja. Da war, äh, das war in der Armada, ne? Ach, du hast Tombstone dann gemacht. Ne, hast du nicht. Wo hast du dir wiederbelebt? Ne, ich habe meinen Grabstein verschwendet. Würde ich mal so behaupten. Ach, mit Tombstone bist du nämlich die Instintoten. TC. Wenn du, äh, respawnst, dann kriegst du dann wieder dein ganzes Zeug. Du scheiß Mengele. Ah, so ver-aimt, Digga. Ey, ich habe ver-aimt, das war gar nicht. Ich glaube, der eine benutzt ja den ganzen Glitch. Warum? An, ähm... An der Brücke hier Richtung Punch, äh, da stellt er sich auf das Gelände und die Zombies ignorieren den. Achso, das geht auch bei Burgertown, ja. Jetzt bist du wieder da. War die ganze Zeit schon da. Nimm keinen Schaden. Hö, lustig. Hab ich auch verkackt. Dann... Hab ich aber auch, wenn ich ehrlich bin, rausgeschüssen. Die ganze Zeit, Schaden. Aber warum hat er das... Jetzt habe ich die ganze Zeit die Kristallzune. Äh, so lange wie möglich auf diesen Bärdach. Wo ist der Dach? So, da drüben. Ja, stabil. Bärdach. Ein Cruisly Bar. Dach. Wird alt. Oh, nicht alt. Oh, ne. Nein, jetzt habe ich zwei Affenbomben, aber kein Casimir. Äh, Casimir. Hier liegen Affenbomben. Wo? Hier. Bei mir. Wo ist hier bei mir? Ich hüpfe. Hier, hier, hier. Wo hüpfst du? Hier, hier. Da, da die Affen. Wären mal ein paar Affen geworfen, ne. Was sagst du? Habe ich außerdem genommen. Ich dachte, ich könnte beides nehmen, aber nein, geht nicht. Money, 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 money. Mani, money, money, money. Ich geh fast da um. Ja, der nutzt ein Glitch. Aber was war das? Äh, was ist das für eine Fähigkeit? Würste weiß, kannst du sammeln. Und wie das? Äh, musst du bauen. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Hier, wofür, nimm Börscher was. Juckt das dich? Nee, juckt dich nicht. Lässt dich nur packen. Ist auch gut. Ich bin von Dach gestürzt. Ich brauch ne Waffe. Oh, nein. Oh nein, wir müssen die Kiste hier. Oh nein, wir müssen die Kiste hier. What not for me? Hey, ich darf was von jetzt überleben? Genau, nun. Ah, hier, nimm an. Wo du die guten Pornos ausdecken kannst. Oh mein Gott, es gibt zwei von denen. Oh, die sind immer gut. Gibt zwei von denen. Und was? Von den Abschneidigkeiten. das ding ist halt was ich am meisten hatte ich will nicht schon wieder sterben bitte was ich am meisten halt haste in cold war zeit dieses ganze bosch gibt so viele poste hier liegt eine gepannte waffe bei interesse hatte ich möchte hier erzählen das ist schön ich suche gerade ähm kiste hier ja ich bin bei dir da oben ist der kiste kommst du jetzt nach oben hab ich hier noch ne kiste hier oben das schmeißt nicht wo die ah hier unten hallo hundi bei mir backt die kiste bei mir ist die abscheulichkeit bei mir auch so ist auch ein asana wies da wo scheiße daneben aber ich bin glaube ich städt und eine krete werfahrt egal war hier zufälligerweise vielleicht doch wir sind im gar nicht weil es da geht kein panzerungsautomat ist nicht gut weil ich hoffe diese scheiß abscheulichkeit ist mal weg da ne ist die natürlich nicht als devin ab ist weg mir ist auch gleich viel weg haben wir oh mein gott der sniper ich habe angst wenn ich jetzt dahin gehe da ich wieder sterbe wohin zu dem wunder automaten ja da bin ich gerade also wartest du eben darauf nicht ich versuche zu überleben gerade aber dann ja es ist aber jetzt sehr viel los abscheulichkeit und zwar ein bisschen tot aber ich hab noch fünf schuss hat nur fünf schuss bei ld wie kommt man denn dahin um bürgert und teleporter ah nao hier ist da viel los wo bist du gespawnt hat er zu gespawnt scheiße ohne krieg in viele ordner auch nau stefan nao das ist falsch woanders wir specified aha oh nein ein sturm Studies あ, auES Ich wünsch noch dass alle Perk saßen ich hab gar nichts ich gib mir Müll Wieso wirst du so gut? Gib mir einen Tipp. Ich tu alles. Ich komme... Nein, ich trinke. Okay. Warum kann ich dich nicht aufheben? Man, dieses scheiß verpackte Game. Dann kann ich doch trinken. Ja, trink. Es war schön. Weil dich zu trinken bekommt Alkohol abhängig, dann vergesst wer darüber. Können wir morgen noch drüber lachen. Okay, mit dem MG habe ich jetzt gerade vor die Hitbox getroffen. Oh, du bist tot. Schau, Leben. Na schön. Jetzt kannst du einmal mal hinter mir schön gucken, was da hinter mir kommt. Die Leute auf YouTube. Spielt niemals mit Pascal, der jetzt an Ego ist. Ey? Bist du dich verarschen? Der ist an Ego. Der spielt gerne mal alleine, der rettet seinen Teamkollegen nicht, wie er das gesehen hat. Ich habe acht Wiederbelegungen. Da steht das alles auf die Bugs, was nicht stimmt. Mein Lieber, das Ding hat mehr Bugs, als ich jemals verdient habe an Geld. Stabil. Ich habe acht Wiederbelegungen. Die meisten... Ja, und ich habe... Einen. Ja, und 30... Oh, 30 Ghost. Erzähl mir mal bitte mehr davon. Wie viel Chaos habe ich? Ich würde mich mal brennen. Was hat er da markiert? Ist das ein Krieg oder eine Gardine? Nein. Bei dir. Oder? Witzkrieg. Ja, hallo? Ja. Da war da so ein Telefongeräusch. Ja, hallo? Ich würde so gerne mit der Bio 4 gerade zocken, ne? Ja, das habe ich aber leider nur PC. Ja, aber kann leider nicht... Kann man echt nichts zusammenspielen? Ne, Crossplay gab es erst als... ... MB. ... ... ... ... ... ... ... ... Wenn du nachschaltest, kommen ja diese Blitzdach. Was ist das denn? Electric Cherry, AKR, ich glaube das war... ...Death Perception. Hallo Doro, tschüss Doro. Alter, das ist einfach klapp. Da oben kommen keine Zombies hin, ne? Ich glaube nicht. Ey, das ist das einzige Zombie-Fall. Ey, da ist... Ich glaube, du kannst es oben sogar bleiben, weil oben ist generell die Aktivitäten... Oh, ich höre die noch immer. Guck mal, Abscheulichkeit, da gehe ich nicht runter. Geht halt nicht runter. Ich nehme keine 10 Pferde hin. Ich gehe lieber hier hin. Ich gehe lieber da hin. Ach, der Acker ist für euch. Äh, was nehme ich mir denn? Flammenwerper? Ne. Waschbuckabend? Ne, Artillerie? Nehmen wir, Helikopterschütze. Nehmen wir den Helikopterschütz. Ich bin nicht so gut. Wiss nicht so gut. Und was muss ich... Also, ich brauche ne Wunderwaffe, um diese Dinger kaputt zu machen. Ne, äh, diese Kugeln, die umkreis fliegen, die kannst du mit... Egal welche Waffen machen. Ja, aber lange. Okay, jetzt sind die immer noch respawned. Nein, du musst die einfach nur richtig treffen, dann sind sie weg. Es macht das Spiel schon weniger Spaß, wenn diese kack Jünger respawned. Aber ich mache die ganze Zeit Hitmarker und das Ding geht nicht kaputt. Ja, die gehen kaputt. Du musst einfach nur gut treffen. Wir sind Jünger gespawnt. Jetzt würde ich eigentlich am liebsten alle vier drücken, weil das ist meine absoluten... Ich hasse die, diese Neuerung, diese... Die hat so viel Potenzial, aber macht so viel kacke falsch. Vor allem halt mit diesen Zombies auftrönen. Nebst du wieder? Ne, bist du unten. Ne, bist du unten. Ruck mal mal den Helikopter ran. Dass du einfach da angestirbst, das ist so dumm. Alpha gecleart. Na guck mal, ich habe irgendwie eine Spezialaufgabe geschaffen. dieses ding ist einfach so laut ich verstehe dich gar nicht ich sag gar nicht was ich mag auch spaghettis ok guck mal hier sind ja meine ganzen freunde ach guck mal da der scheiß jünger für den glaube chrissi verteilen die angeflogen kommen als wenn die mir irgendwie Zeitungen verkaufen wollen mir dann Monatsabon der 50 50 geben diese Waffe braucht so lange nachzuladen wenn du spielst du das easy gut 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 ja wenn du kässt wie cool hast du dauerst du ne halb Stunde bis fertig geladen ist mhm guck mal bei den beiden Zugang wenn die wieder auf der Brücke der Mütze gammeln die zwei wieder auf der Brücke was darfst du denn oder einer hat die wunderbar für Dark Gamer ja habe ich schon gesehen der andere der andere benutzt den Glitch weiter macht Morden Grückenbauer also dieser Glitch ist krass ja das verstehe ich gar nicht nur diesen Glitch die Zombies du bist halt außerhalb der Border für die weil normalerweise in keinem Call Cluty konntest du klettern das ist das erste COD mit Zombie Modus wo du klettern kannst ja das weiß ich ja und deshalb die Zombie Engine ist noch nicht drauf gemacht dass du da aber manchmal hitzen die dich trotzdem wenn die wenn ich meine Hörer damit gleich der Kiki und und da die Tren hier die Tren hier und uns von der Kruppe noch um ihre ja wo du bist du bist du bist du dauerhaft ich dachte das hat auch gehört das gibt es rund 30 dann hört es auf da oder rund 25 keine ahnung das ist alles leisenbahn mich hier zu verpissen das werden die doch nicht mehr hier muss der stadt mit der muss der stadt in russland und mir trinken und wo ist man nicht bau wo gut schön oder mich steht hier und kann die zahlrötte benutzen jetzt kein baumisch robo gut damit ich habe das richtig verzweiflung ich würde die ganze zeit sterben so wie die ganze zeit richtig ich will probleme haben in das spiel ist reinzukommen dass ich gleich sage ich habe keinen bock mehr dass ich gleich einfach rage quitte ich bin auch gerade im moment so ich habe keinen bock mehr weil wenn die ganze zeit rumglitschen ist ja wohl dann wollte war so leicht zu manipulieren die bei jetzt gehe ich wieder in den todestruck ich sterbe jetzt so oder so jetzt hier warum bist du wieder beim bunker ja ich bin auch da ach da sehe ich dich du rennst falsch ich renne falsch super zurückrennen tue ich auf gar keinen fall sonst sterbe ich ja komm her oh mein gott das war eine gelegenheit ich hab ihn hier dann nimm dir auch noch das hier mit komm her nimm dir das heil dich ich will nicht dass es weg geht dann hau nicht ab hier kommst du mir da da liegt das am boden waffe ja ich will die nehmen du musst dir nur muni kaufen da hast du eine panische waffe schon mal komm mit ich geh raus bruder ich hau ab ja hier ist muni hier liegt neben dir ist muni da 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 hier wo ja zu teuer oh nein ich bin leer oh ne ich bin weg ich bin weg ich komm nicht mehr wieder ich hab meine m gegen gegen ein anderes mt getaut scheiße ne doch nicht ich hätte dich ich brauch keine Richtung uh ich brauch auch dieses äh nachladen mit äh energiestöße da ich hab ne nagelpistole äh auf den nagelpistole ich hab dich wieder nicht verstanden nagelpistole ich glaube ich fang jetzt bei bauhaus an schick wie hh warum ist die nagelpistole so scheiße schwach ohoh ich muss abhauen ach die beiden campen hier die dummen Ja die Klitschen da oben rum, das ist doch traurig. Dein Hex ist ein... Die Klitschen, die da wie dumme achtmal. Die dummen... Was heller? Ich meine, der eine ist so einmal... Der Darkgamer ist so einmal gestorben, weil der einfach da oben klitscht. Ich verstehe hier nicht alleine. Deshalb spiele ich nie Solo. Ich habe letztens einmal... Deshalb spiele ich immer Solo. Letztens habe ich einmal online gespielt, war direkt ein Hacker bei, der alle Türen geöffnet hat und mir Geld gegeben hat. Das habe ich gesehen, das war sogar... Das war live. Das habe ich gesehen. Ja und seitdem habe ich kein einziges Mal mehr online gezockt, weil es einfach... Das macht einfach für mich den Spielspaß kaputt. Wenn du da so verkackte Noobs hast, die da oben rumcampen, jetzt hätten die da oben ihre Mutter verloren und suchen die gerade. Das ist halt so ein Kotz. Das hast du mit Liebe gesagt. Ja. Von deren... Von deren Mütter, weil die davon keine abbekommen. Der Gamer ist ja hier wieder am Tisch und holt sich bestimmt wieder Affen. Ich will jetzt diesen Glitch auch mal probieren. Wie funktioniert das? Hier liegt eine Selbstwiederbelebung. Schnapp dir die mal. Ich wollte uns jetzt auch was dir machen. Hier liegt eine Selbstwiederbelebung. Schnapp dir die. Wo die, die sich nicht schnappen, denn... bist du wenigstens nicht direkt tot. Ach. Komm bei dich. Jetzt schnapp dir... Wo bist du denn? Jetzt schnapp dir... Jetzt schnapp dir die. Jetzt schnapp dir die. Biss dich. Hier... Die... Hast du die genommen? Hurensohn. Ich rette den nicht. Ich rette den nicht. Du brauchst die nicht zu retten, wenn die da oben rumcampen wie die kleinen... Du kannst... Dann... brauchst du die nicht zu retten, weil die da nicht sterben werden. Ich hoffe, ihre Mutter kriegt Herpes, Alter. Ich hoffe, deren Mütter rutschen die Ärmel runter beim Spülen. Weil die die einzigen sind, warum bei denen noch nicht aussieht wie so eine Messi Wohnung. Ganz bestimmt nicht. Nochmal. Hm? Na, guck mal. Da hättest du jetzt die Selbstwiederbelebung bekommen können. Ne? Selbstwiederbelebung wäre jetzt schön gewesen. Habe ich selber wiederbelebt? Mit der Selbstwiederbelebung kannst du dich hin auf den Boden, bist du genockt und kannst dich dann einfach wiederbeleben. Was hat das gebracht? Du hast zwei Sachen verloren. Ja, du hattest ja keine Selbstwiederbelebung. Die hat er doch genommen. Ich hatte aber Grabstein. Ich war kurz unsichtbar. Ich bin selber gerettet. Ja, Tombstone ist was ganz anderes als Selbstwiederbelebung. Grabstein. Du kannst die Huhe zu dich selber retten. Falls du keinen hast, der dir irgendwie Rettung gibt. Ich hab ein Jürgen hier. Ja, ich bin hier oben. Bitte los, kommt, sterbt. Sterbt, ich lass euch so ausblieben. Wenn die sterben, ne? Dann, ähm... Dann lass ich mich auch töten. Hier kriegt man Damage oder nicht? Kriegt man Damage oder nicht? Ich will das wissen. Ja, man kriegt Damage. Oh, kann ich keine Granate werfen? Achso, so werf man die andere Taste. Gut zu wissen. Oh, guck mal, da unten ist ein Mengele. Wo ist denn so dieses Rüstungsständer da, wo ich mir irgendwie Panzer rumholen kann? Ist überall, aber ich bin halt nicht bei dir gerade. Ich bin gerade in der Town. In this city, California. Ich glaube, die ganzen Leute bei deinen Kommentaren denken so, boah, ist ein Loss, Alter. Mir ist so fuck egal, mit wem ich spiele. Wenn du auch 500 Mal da tot wärst, sodann du nicht rumklitchtest oder cheatest oder ein kleines französisches Kackkitty bist, ist mir alles komplett egal. Ich hab ja Spaß, ich lach hier. Ich bin ja nicht angepisst, weil wir 500 Mal verrecken durch Dummheit, sondern halt, was willst du machen? Ist Runde 24 und deine Waffe ist jetzt noch nicht Maximum gepanscht und du hast die Map noch nie gespielt. Also, sterben macht Spaß, muss ich dir sagen. Du hast einfach deinen Lebensspaß und kannst du... Ich bin jetzt wieder tot, das macht super, wunderschön viel Spaß. Ach, okay, du bist da tot. Warte. Darf ich mal hier hochfahren? Nein, darf ich nicht. Ich bin da, wo die Leute immer ihren Tisch benutzen. Und hier sind zwei ehrkräfte V-Tiere. Das Ding ist halt, ich mein, halt klitschen und campen ist ein Unterschied. Wenn ich mich irgendwo in die Ecke campe... Oh, der Stier! Perfekt! Das gönne ich den. Aber der hat einen Sales-Twin-Walft. Mach dich bereit. Der krabbelt sich zu mir, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Bin jetzt eh weg. Das schaffst du nicht, bin weg. Bin ich irgendwo so ein Kack-Seil? Ach, hier ist ein Auto. An der Seite. An der Seite da. Jetzt bin ich mir weg. Aber komm, lass die bitte alle sterben. Campen die wieder? Ne, campen sie nicht. Ne, die rennen gerade weg. Das ist schön, das freut mich. Rennen um euer Leben, ihr dummen Mücken. Freude ich kann nicht. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass die gefickt werden durch die. Wir haben schön Belohnungen auf wegen der gepusht. Und campen da oben. Der eine holt die Aufgaben ab, oder der eine macht die Belohnungen. Ja, das Ding ist halt, die müssen ja beide die Belohnungen abholen und das machen. Ne, der eine, der Schilterns hat da oben, muss bis zwischen durch runter wegen der Strahlung. Und der andere holt sich die ganze Zeit die Belohnungen ab und hat dann dadurch irgendwie seine Wunderwaffe da. Ja, der andere hat jetzt mittlerweile auch ne Wunderwaffe. Ne, das war jetzt gerade weitergekrieg. Fällt ihr auf, ich benutze gerade eine Nagelpistole. Was hast du denn für den Waffenbau-Flammwerfer? Das hier ist ne Nagelpistole. Hab ich mir vom Bauhaus gekannt. Bist du, ich hab die ganze Zeit ne Nagelpistole, ne M16 und EMK. Oh, schönes. Gut. Festtank aktivieren. Das gehört auch zum Easter Egg. Da muss jeder an dieser Sonne stehen und gleichzeitig dann irgendwie die Tasse drücken. Zombies killen. An Zombies killen, um die Seelen hier zu füllen. Nein, na, na. Ja, ja, da kommt da so eine Drohne, sag ich das mal, so eine Kugeldrohne. Da geht hier kein Team killen, ich würde hier sowas von über den Haufen ballern. Neue Runde. Komm direkt zu mir. Ich bin da oben, wo die ganze Blitz... Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Okay, ich geh zum Punch-Raum, ne? Nein, ich geh vor. Gehst du hin? Nein, komm hier unten. Du hast doch keine Waffen, oder? Warum? Ne, hab ich nicht. Ne, hier. Ich bin meine gepunschte Legendary-MG. Jetzt komm hier mit, genau da geradeaus rein. Ich habe jetzt hier diese, ähm... Oh, der eine ist schon verwundet am Boden. Ja komm 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 komm. Ich hab grad dieses, ähm... Halt's mein Arsch. Ich hab das Sturm-Ding. Heißt, hol dir jetzt die Perks, die du aus. Hol dir alle Perks, die du aus. Ich würde sagen, Juggernaut, Elemental, Pop und Speedcooler. Was ist diese, ähm... Was ist diese, ähm... Waffe, die nachladet und ein Strom... Ich glaube Elemental Pop ist das Elemental Pop. Und du musst die auf Level hin. Ja, okay. Ich hab... Ich hab... Jetzt müssen wir hier durch, ohne zu sterben. Ne, die macht das nicht. Ich hab... Ja, wie gesagt, du musst die Level in die Sachen dafür. Das ist nicht auf Level 1. Komm schnell, geh durch. Oh, ist das umsonst geholt. Ah, schnelles Nachfahren dauert bei mir eine halbe Stunde. Ja, weil du eine MG hast. Aber dir geht es doch mal so schneller, oder? Ich hab... Ich hab Speedcooler Level 4. Ach so. Mit der Level ist das schneller? Ja. Ich bin dann weg da. Ja, das wird mir zu heikel wieder. Okay, ja, ich bin auch weg. Ich hab grad gemerkt, da ist ein bisschen weh. Ich geh... Hier? Bauplan anwenden. Da, da bin ich so arm. So, lass mal dahin gehen, wo die nicht sind. Also... Hier, ne? Ne, das ist falsch. Also hier. Und jetzt ist es hier nicht. Ne, ne, hier ist. Ja. Was los? Bin hier unten. Wenn du stirbst. Komm runter. Da. Ja. Aber es sieht wohl, der wohl aus dem Internet gekickt. Hallo? Das Spiel ist gequächt. Willi? Guck mal nach, ob du nachjoinen kannst. Ähm. Das Spiel ist total abgestürzt, ich hab nie sowas gesehen. Dann guck nach, ob du nachjoinen kannst. Ja, ich gucke. 1.17 Uhr, Alter. Lül. Gibt's da oben nämlich genockt? Du bist nämlich noch nicht rausgeflogen. Kann das mal leiser sein? Oh, ne, jetzt bist du rausgeflogen. Wieso kann man nicht BO4 so da spielen? Das macht mehr Spaß. Mir macht die Map hier auf jeden Fall Spaß. Also, mir macht das neue System von Call of Duty keinen Spaß so. Früher konntest du Trey machen und dann eben wieder eine Kohle abfarmen, aber das ist ja langweilig. Ja, BO4 konntest du uns ja auch nicht machen. Aber bei BO4 war das auch schon. Ja, in BO4 kannst du aber nicht trainen, um dir ganz viel Cache zu machen, weil du kriegst auch nicht viel. Ja, das kannst du schon. Ja, es wurde minimiert, aber nicht jeder Schuss gibt ja Punkte. Ja, richtig. Aber trotzdem, wenn du so ne Money Maker war vernimmst, so wie ne Trommel, dann machst du deine Summys da und machst deine Enderrunde immer erst mit 10k. Oder mehr. Ab Runde 5, ne nicht Runde 5, 7 oder so, 7, 8. Ja, ich hab immer ne Pistel genommen und fertig. Dann machst du nebenbei hier bei der Map XE diese Herausforderung gegen die Champions da? Nein. Du kriegst irgendwann eine Gewandstiftestone. Ich kenn die Map in und auswendig, mein Lieber. Das sind diese Nebenaufgaben. Ne, das sind diese Kabelaufgaben. Ja, ja, aber dann sind, äh, ich weiß jetzt diese, äh, Herausforderer, wo du eine, äh, Gangle klingel hast. Ach so, ja, die Gangle musst du ja auch machen. Die gibt richtig viel Cache. Und ungefähr 30 K, äh, 30 K, wenn du alle machst. Das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, ah, du musst dich noch kaufen. Jetzt hab ich jedes Pupp. An Chinagel bis zudem upgrade? Wo kann man das alles upgrade hier? Mit Elevator 2, 3, irgendwas? An dem Automaten hier. Du hast die Säger leider nicht. Also ich mein bisschen, ähm, zugehört. Um den Menü muss man dabei, ähm, Ausrüstungen und dann steht da Fähigkeiten oder so. Fähigkeiten, ne? weil hier steht es zu stets bei extra aus dort was er den guten nörder und da wird durchlesen was er was bringt also mir bringt am meisten als bierkulern locker und um er kann so führen die er die platte panzerplatten für die panzerung und zusätzlichen 25% auf für mich ist eigentlich wechsel also deine waffe schneller wo auch okay krass alles gut ist wie cooler ist gut für die fähigkeit die du dabei hast zum beispiel ist er geht die pflanze oder so er will elements der wettbewerb wenn ich am besten ist es aber 41 gerade 31 das weiß ich nur elemental pop finde ich am besten weil du halt bei elemental pop wahrscheinlichkeit hast dass du irgendein element bekommst da musst du dich nicht drauf verlassen auch irgendwie ist auch irgendein scheiß wie kann der yeeting ihn immer wieder belieben die kleben wirklich immer aneinander die zwei sind richtig nervig ja ich mach zuerst nörger und schnelles ne nicht schnelles video ne die sind dann halt auf eine stelle ne die laufen hier rum der ist grad wieder gestorben er wurde direkt wieder blick von dem anderen der kommt immer schnell dahin habe ich das gefühl das ist dann stillvermögen kann ich doch nicht wenn man bist auch gut kriegt doch kein fall der misch kommt sterb bitte ich werde nicht lieben weil dann verliere ich meinen ganzen ich kann ja auch nicht einfach exfil machen weil dafür brauche ich ja alle lute die dafür wissen Ich habe das Gefühl, dass mein Internet aber ein bisschen abkackt. Abends wird meins eigentlich immer besser. Mir fällt auf, angeblich gibt es Double-EP-Boost, aber ich merke nichts an Doppelter-EP. Irgendwas. Jünger ist auch wieder an mir. Xbox gerade abgespielt. Okay, der Brian ist nicht mehr da leider. Ich bin wirklich eigentlich fertig, wenn ich wenigstens bin. Vielen Dank. Ist es jetzt so still hier? Ich kann es ja trotzdem noch in der Party nachjoinen. Wäre so gut. Oder killen die gerade da den Boss? Nee, killen sie nicht oder killen sie nicht. Okay. Okay. Oh, sterben. Wo ist der andere? Okay. 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 Oh we sind sie. Das war peinlich. Das war peinlich. Das war peinlich. Das ist so traurig, man. Das ist so fucking cool. Dass sowas existiert im Scheiß-Sonder. Scheiß kleine fucking-Loop. Das ist nichts gebacken. Das war peinlich. 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 Das ist so. traurig man das ist für kleine scheißten da oben immer verrecken 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 gerne holt ihn wieder jetzt wende ich bei nacht auf nee sorry aber jetzt habe ich null verständnis campers sollen also nicht campersäule sondern glitch user ich will nicht ja einer ist jetzt nicht schlimm dass es so lange geht aber ich frage ab dass sie durch kommen ihr seht ja der eating ist ja so ein kacke lurch dann würde er niemals so weit kommen ja 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 5 Sekunden für die nächste Runde ich war eigentlich wenn ich das einmal abschließen unbedingt geht doch nichts aber noch und macht werden hier wirst du aber nicht schon mein lieber jetzt habe ich was ist denn das jetzt für ein fakt jetzt habe ich hier einen verfickten jünger machen wir die leben noch nicht und jetzt habe ich den schauen wir mal dieses wir können die die das wenn die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alton nun kann doch mal der Arte die Schilder er wird dann gedauert ich bin auch immer vertreten und versuchen dass wir nicht mal verrecken der Typ ist ja so schlecht er schon viermal gestorben 24 mal Eier bei der Ersichter Konsole neu gestartet das Zeitpunkt war es kacken Nice. Danke, dass alle das wissen. Jetzt komm ich mal wieder in das Spiel rein. Ich glaub du kannst dann nachschauen. Äh, da? Beitreten steht da. Ich glaube ich kann. Das wär gut. Hartz bei... betreten... Ah, das Spiel gerade bei mir. Ja, 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 ja. Ja, töte den, töte den, töte den, töte den. Heute ne Woche ist es abends so, dass das Spiel mal... äh, das Xbox-Server mal quäst. Nee, ich komm nicht rein. Ja, 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 nein. Warum nicht? Ich komm nicht rein. PartBuy betreten und dann kackt das ab. Folg dir mal dem Loop. Welche Wille seid ihr denn? 30. Hast du... äh... Beide haben diese scheiß Wunderwaffe. Mann, der läuft rum wie ein Bot. Kann ich so rein betreten? Der läuft rum wie so ein scheiß Bot. Bei mir ist alles... Nee, ich komm nicht rein. Du musst warten bis du fertig bist. Ja, über die ganze Zeit hab ich quitsche, aber dann bekomm ich halt nichts. Kannst du nicht, ähm... Wie heißt das nochmal? Ex-Twill? Müssen auch alle bereitwillern, oder nicht? Ja, dann sehen die das, was du aufführen möchtest, dann werden die wahrscheinlich auch aufführen. Ich glaub die ganze Zeit verreckt, endlich. Und das... Da soll man nicht reingucken. Das ist halt so hart, man so... Das ist halt jetzt langsam langweilig. Nicht schwierig oder so, ist das einfach langweilig. Der Yeating verreckt am laufenden Band. Der Dark-Game hat mich jetzt in Kills verholt. Weil ich, weil ich, weil ich traine schon die Zombies um den Typen, damit der verreckt... Die Evakuierung. Jetzt zur Evakuierung. Ne, das geht an neben dir, dann fick ich die an. Wer war geiler? Adler oder Captain Prince? Captain Price. Price. Hunter on Song, so sind diese Standard Warzone-Helsen, sag ich das mal, ne? Mhm. So, jetzt schnell zum Sender und anmachen. Builds ausziehen. Ich glaube, ich mach noch die Kampagne mal. Oh, der Back sieht interessant aus. Warschau-Paket. Achso, das war Warschau. Okay. Was... Was... Kannst du... Nehme diese MP. Geht doch, Mann. endlich ist habe ich die exfiltration durchgeführt endlich mit diesen einen druck mit dem scheiß klüscher um zu wenn die zwei normal am spiel und eine würde bestimmen soll nicht schlimmer aber warum muss der eine der immer stört und leiden der klüscher um es 24 mal gestorben und für x ist sogar ein deutscher man versteht das nicht oder was wer ist der gx oder wie der x also deutsch german mhm ok ich finde den leider nicht bei mir oder xbox ja gamer unterstrichen 0 mit ernst machen das spiel mehr kaputt um vogelschwammer und mache 50 abschüsse hintereinander mit einer helikopter ja geschafft ge-fucking-schafft man ähm leid mich dann ein Level 10, Prestige 1, 30 Runden überlebt, 0 mal gestorben, so muss ich. Ich bin sehr stolz auf dich, ich f*** da ein Game. Ich weiß, Dark Gamer, scheiß Dark Gamer, scheiß Ding. Ernsthaft, wenn die nicht glitchen würden, wäre das eine coole Runde geworden. Aber das wäre auch viel schneller vorbei anstatt der ganze Zeit oben rumzustehen. Das Ding ist, ich hatte dich auch mal probiert, das geht einfach gar nicht. Doch, aber du wirst mal runtergeballert. Mein Prozessor dachte sich, oh 83, ach 90 Grad ist doch mal schlimm. Ja, mein Rechner hat auch runtergeballert. Bist du jetzt aus der Runde raus oder wie? Ja, genau. Gucken, wie viele Level bekomme ich in Battlecraft? Reinzukommen. 1,5 Level? 2,5 Level? Passt, 1,5 Level hätte ich bekommen. Hattest du nicht bei... Du bist kein... Ich glaube, die Xbox springt gerade richtig weiter. Jetzt, guck mal, das ist super drin. Weil, das ist auch noch Playstation-Spieler. Ah, war drin. Ich hab nichts gegen Playstation-Spieler, aber gegen so einen Abschaum. Kann ich hier. Wie Playstation-Spieler? So einen Abschaum. Glitch in Playstation-Spieler. Ich meine Playstation ist ja nicht schlimm. Zu haben. Aber wenn man dann noch so ein Glitcher-Zone ist, dann ist es schlimm. Ich... Nee, wie bei... Nondergleich auch sonst. Tschüss. Los, ich dachte ich fache... Leute, ich dachte ich fache... Oh, die Karten sind die gleichen weg. Ich verstehe diese Leute nicht, die einfach Geld in das Drecks Alkohol reininvestieren. Wie meinst du das? Wie soll jeder Wochenende Party machen, Alter. Ja, ist auch so komisch. Du gehst jeden Freitag bis Samstag zur Eistart, gibst da für diesen Eimer ein paar Eiswürfel, paar Red Bulldosen und eine Bliefer-Wodka oder wie das heißt, 120 Euro aus für ein bisschen Spaß. Du zahlst nur ein Tritt, 20 Euro. Du bist bei 140 Euro, damit würde ich mir 140 Euro für FIFA Points ausgeben. So, das war's für den Part. Wenn es euch gefallen hat, dass du bei Wettung da bist, dann und ciao.